Ich war gerade am kochen und da hörst du auf dem Keller komische Geräusche. Aus dem Keller? Ja, richtig komisch. Übelst komisch. Du hast schon nachgeguckt? Nee, nicht getraut, man. 1 Uhr nachts, ich hab keinen Bock mehr runter zu gehen. Komm direkt mit, Alter, oder? Und du hast doch gar nicht nachgeguckt? Nee. Was denn für komisch? Komm jetzt mal mit der Kopf frei, weil es... Kommst du? Ja, aber ich hab von oben gar nichts gehört, ich war im Chill hier. Nee, ich war in der Küche und hab das gehört. Vom Keller komische Geräusche. Okay. Richtig komisch. Kommst du mit, Bruder? Nimm direkt, warte. Mal Licht an hier. Alles mal an. Was? Richtig damit. Oh. Alter. Ich hör nichts, Alter. Ich hör jetzt gerade auch nichts. Was waren das denn für Geräusche? Klang richtig, keine Ahnung, so... So drückend. So... Okay. Guck mal, dass die Heizkästen da war oder so. Ja. Ja, manchmal kommt hier so ein Typen, oder? Von dem Heizungskeller. Ja, hoff ich. Aber jetzt kannst du echt nichts. Und eben war das richtig laut. Ja, das Ding macht manchmal Geräusche. Ich hoffe, dass das Ding da... Ja, was denn sonst? Keine Ahnung, Mann. Einfach nur mal beunruhigend geklungen. Komm, wir gucken nach. Hier ist nix, Alter. Und ich hör auch nix. Hm. Machen wir mal da gucken. Okay. Okay. Ich tue mal das Trampolin hier aus dem Weg. Und? Nix. Nix, Alter. Nix, Alter. Nix, Alter. Ja, vielleicht war es erst mal die Heizung. Was sagen wir das für Warnvorstellung? Klang eklig auf jeden Fall. War nicht so schön, aber... Ich hoffe, ich. Ja. Ja. Wenn's aus, Mann. Chill, Mann. Schau mal an. Ja. Wir gehen mal kochen und dann... Okay, Leute. Ich hab das gerade auch gehört. Ist denn gerade weg? Ich hab auch ein Licht ausgemacht. Das hab ich gerade wieder angemacht. Ja, aber das ist weg. Warte. Wenn man angemacht wäre, war es weg. Warte, vielleicht kommt das gleich. Digger. Was ist das? Hast du das jetzt auch gehört? Ich hab mich jetzt nicht verhört. Warte. Das ist weggegangen jetzt wieder. Immer wenn man Licht ausmacht. Warte mal. Ach, wie geht's hier ab, Mann? Ey, das ist... Ey. Als ob das hier was mit der Elektrizität zu tun hat oder so. Vielleicht ist irgend so ein Licht, äh... Meinst du, Alter? Defekt. Das ist total komisch. Hatten wir noch nie. Aber wenn das aus ist... Ich will, das kann kein Zufall sein. Ey, ist das cool. Ey, ist kein Spaß mehr. Es ist ja nicht mehr normal. Das ist eigentlich nach einem Lichtproblem. Lass mal an, Junge. Boah. Was ist denn das? Was ist denn Mittelraum, ne? Direkt hier unter uns. Aufs Mittelraum. Was machen, Junge? Das war alles perfekt an. Hier tut ja nichts. Mach raus und wir machen zu. Ey, wir machen zu. Komm mal dazu. Komm raus, ja. Ich koch nicht mehr. Ich esse ein paar Maiswaffeln, Alter. Ja. Ey, Leute. Das wird immer lauter, dieses Geräusch. Das ist nicht normal. Warte. Psch, 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 psch. Alter. Voll große Licht. Jetzt ist weg wieder, Alter. Das gibt es nicht. Lass mal bitte kurz runter für die Gewisse. Das ist eklig gerade. Scheiße. Komm jetzt mal. Gehst du vor? Ja, aber das ist weg jetzt. Ich will wissen, es kam aus dem Mittelraum. Circa, oder? Okay, komm. Leute, wir haben gerade wieder nachgeguckt und da war nix. Immer wenn das Licht raus ist, nur. Das ist total verstörend. Alter. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt anlassen? Können wir doch nicht auch die ganze Zeit anlassen. Aus dem Feld zumachen. Vielleicht mal tagsüber gucken, besser. Aber auch gerne nachts. Alter. Mach zu, mach zu. Nein, okay. Ey, komm. Schließ ab, Alter. Ja, komm. Geht, komm. Wir gehen jetzt im Bunkeln da rein, damit wir das Geräusch weiterhauen. Ja, das wird immer lauter. Also wir haben beschlossen, einfach mit Taschenlampen da rein zu gehen. Aber wenn wir Licht anmachen, ist das mal wieder weg, das Geräusch. Ich will jetzt mal ein bisschen was abgeht machen. Jetzt kann ich nicht schlafen. Komm. Komm jetzt. Ja. Was ist das? Was ist das? Komm mal ran, komm mal ran. Ja, man hört das. Alter. Alter, das geht ja. Geh doch vor, Mann. Ich hab dich hinter mir. Komm. Junge. Boah. Warte, du bist weg. Hey. Warte mal. Was ist das? Du bist weg. Komm wieder, Alter. Dicke. Von 100 Prozent. Das kommt von da. Alles ist da ruhig. Ja. 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 Scheiße. Das wird immer lauter, Mann. Geh rein. Oh, Junge. Oh, Junge. Gesund. Komm, hast du das noch? Ja. Das ist weg. Was geht denn jetzt ab? Das ist weg. Wie ist das, Alter? Das ist weg. Nix. Hä? Was ist denn der Verrasche? Ich denke, wir machen damit so auf. Welche Tür jetzt? Die oder die? Ja. Lass jetzt mal da lang. Geh du von. Oh, Scheiße. Wow, 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 wow. Guck hinter der Tür noch schnell. Mach schnell, aber ich hab kein Licht hier. Hier ist nichts, Alter. Oh mein Gott. Das Geräusch ist auch weg, Alter. Ey, da bleibt nur noch die Tür hier. Ey, Digga. Ich hab's auf Schiss. Ey, das Geräusch ist weg, Alter. Ey, das ist total komisch, dass gerade das Geräusch weg ist, ne? Ey, komm. Du brauchst dich aufzumachen, Digga. Ich leuchte von hinten. Ja. Ja, komm. Ey, leuchte doch. Ey, Digga. Was machst du? Ey. 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 Calvin. Junge. Willst du mich verarschen? Calvin, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Alter. Ey. Calvin. Alter. Oh, die Taschenlampe ist so heiß. Calvin, komm jetzt raus, Mann. Das ist nicht witzig, Junge. Das ist gar nicht witzig, Alter. Hör mal auf, mich zu erschrecken jetzt. Alter, was waren das für Geräusche? Ey. 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 Ich hab Angst. Leute. Ey. Ey, das ist kein Spaß jetzt, Mann. Hör auf, Calvin. Calvin. Ey. Ey. Hör auf, bitte. Das ist grad echt, ich hab echt Angst jetzt. Calvin, wo bist du? Ey. Hör auf jetzt, Alter. Junge. Bist du bei... Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf.